Ich glaube, wir sind jetzt gefordert, die Sachen auf dem Eis umzusetzen, und das ist möglich. Wir kennen das wirklich packen. Als Spieler, ich war ein Olympischer Spieler, ich hatte die Ehre zu sein für Team Deutschland. Für mich ist es nichts Neues, aber die Qualifikation habe ich noch nie gemacht. Für mich als Trainer ist es eine große Herausforderung, eine große Herausforderung, besonders hier in Luxemburg, mit einem guten Team, um etwas zu machen. Wir haben uns gut vorbereitet, bis zum Freitag. Und dann haben wir sicher ein guter Start. Wir starten mit den richtigen Dingen die richtigen Dinge zu machen. Und wir haben die Team zusammengefasst. Das ist die wichtigste Sache. Team, Team-Effort. Und wir haben die kleinen Dinge zu machen. Wir machen die Unterschiede. Wie war die Olympische Erfahrung für dich als Spieler? Das war unglaublich. Ich habe große Erinnerungen von dem. Es war so viel Spaß. Ich bin sicher, dass die Leute hier in Luxemburg, die dieses Tournament, es ist wirklich etwas Besonderes. Und ja, wir sind hier. Die Trainer sind hier, um es zu machen, um es zu machen. Um es zu machen, um es zu machen, um es zu machen. Und das ist wichtig. Ja, viele Leute haben einen tollen Job gemacht. Danke für das. Um es zu machen, um es zu machen. Und ja, hoffentlich können wir einen Erfolg haben. Das war's. Was für dich zum ersten Mal in den Olympischen Qualifikationen hier an Home Ice? Es ist eine absolute honor. Ich konnte nicht mehr so viel mehr so vieles in der Hockey für so kleine Lande und der die Spieler und die Läufe wir spielen haben. Das ist ein echteseseseseseseseseseseseses. Was Sie sogar noch etwas zu spielen? Nein, ich glaube, es gibt eine Unterschiede zwischen Realistik und Realistik. Also, wir werden unser Bestes machen. Ich denke, unsere Beispiele und unsere Hoffnung sind, um es zu kommen, 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 um es zu kommen. Okay. Und wie würdest du den Hockey in Luxemburg beschreiben? Was ist es so? Ich habe die ganze Zeit in Luxemburg gespielt. Es ist eine große Familie. Es gibt gute Rivalry. Wir sind sehr glücklich, dass wir einige Flüchtlinge kommen, die helfen, um das Level zu erhöhen. Wir sind auch glücklich, dass die Belgien und die Fremde und die Flüchtlinge kommen, um sie zu spielen, um sie zu spielen. Und um die Hockey in Luxemburg zu entwickeln. Aber ja, es ist wirklich glücklich. Es ist definitiv glücklich. Ich denke, die Zuschauer freuen sich auch. Wir machen unser Bestes, um das Sport zu entwickeln. Wir fühlen uns sehr glücklich. Wir sind wirklich glücklich. Wir haben uns schon wieder glücklich. Wir haben immer schon in den Olympischen Tournament gespielt. Es wird ein großer Torwart für Luxemburg. Wir sind wirklich glücklich, um ein guter Torwart zu haben. Und eine super Promete und eine gute Erwartung. Was ist es so, wie es in Luxemburgsschend rohkezlieh?」 Ja, die Luxemburgische Hockey-Szene ist ziemlich klein, aber ich denke, es ist nicht ein schlechtes Level. Wir haben nur zwei Räume, also das macht die Hockey-Szene ziemlich klein. Aber ich denke, wir machen viel davon aus. Du träumst schon ein bisschen über die Olympischen Hockey-Szene, oder ist das zu weit entfernt? Ich würde sagen, es ist vielleicht ein bisschen entfernt. Aber ehrlich gesagt, unser Ziel ist es, die nächste Räume zu gehen. Das ist ziemlich klar. Und wir spielen eine gute Rolle in dieser Räume, das ist für sicherlich. Was kannst du sagen über deine Spielerinnen diese Woche? Wir wissen wirklich nicht so viel über die Spielerinnen. Wir haben einmal in Bosnien gespielt. Kyrgyzstan, wir haben noch nicht gespielt. Und die Arabs vielleicht haben neue Spieler. Wir wissen wirklich nicht, was zu erwarten. Aber ich denke, wir nehmen nur was kommt. Jetzt dr ketter. Sch筑 die Hygi-Szene. Wir wissen vielleicht kennt nichts. Man sieht geil aus, aber wir tun learners gut. Ja. V11 Prozent zu? Das hätte lange 20 Podfahrt für Lüge personnagein. Die Raschetta beth null ... Hiç despair. Es可能 ist jedenfalls ... Vielen Dank.